Dann rufe ich, wie vereinbart, noch den Punkt 9 auf. Erste Lesung des Gesetzentwurfs, Fraktion CDU, BÜNDNIS 90 die GRÜNEN, Gesetz zur Änderung des Juristenausbildungsgesetzes und von Rechtsverordnungen über die Juristenausbildung. Meine Damen und Herren, ich rufe den Punkt 9 auf. Ich weiß nicht, ob ich etwas Falsches gesagt habe. Erste Lesung des Gesetzentwurfs, Fraktion der CDU, Fraktion BÜNDNIS 90 die GRÜNEN. Das war die Opposition des Gesetzentwurfs zur Änderung des Juristenausbildungsgesetzes und von Rechtsverordnungen über die Juristenausbildung, Drucksache 2026. Es wird vom Kollegen Christian Heinz eingebracht. Bitte sehr. Herr Präsident, vielen Dank für die Erteilung des Wortes. Meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen! Ich habe die Freude, den Gesetzentwurf der Koalitionsfraktionen zur Änderung des Juristenausbildungsgesetzes in den Hessischen Landtag einzubringen. Unser Land Hessen braucht die besten Juristinnen und Juristen, und zwar in allen Bereichen für die Justiz, für die öffentliche Verwaltung, für die Rechtsanwaltschaft und natürlich auch für die privaten Unternehmen, die in unserem Land besonders stark sind. Die Juristenausbildung in Deutschland und natürlich auch in Hessen ist seit vielen Jahrzehnten, wenn nicht sogar seit Jahrhunderten, ist anspruchsvoll. Wir muten den jungen Juristen mehr zu als in vielen anderen Nationen auf der Welt ein höchst anspruchsvolles Studium, das mit einem schwierigen ersten Staatsexamen endet und dann auch eine zweijährige Vorbereitungszeit und eine erneute Staatsprüfung. Wir sehen in den letzten Jahren, dass wir nach einem großen Angebot an jungen Nachwuchsjuristen in den Nullerjahren und auch in den Neunzigerjahren des 20. Jahrhunderts inzwischen größere Probleme haben bei der Nachwuchsgewinnung der hochqualifizierten Juristen. Wir sehen das. Die Kolleginnen und Kollegen aus dem Richterwahlausschuss werden es bei der Justiz bestätigen können. Da gelingt es uns zum Glück gerade noch so, die hohen Anforderungen in Hessen einzulösen mit ausreichend qualifizierten Bewerbern. Aber zur Wahrheit zählt auch, es war schon einfacher als in der heutigen Zeit. Wir wollen auch auf eine andere Bewegung der letzten Jahre reagieren. Die Lebenshaltungskosten, gerade im Rhein-Main-Gebiet, sind deutlich stärker gestiegen als in anderen Teilen Deutschlands, was es für Menschen in der Phase bis zum endgültigen Berufsabschluss besonders schwierig macht, hier entsprechend und angemessen leben zu können. Deshalb haben wir uns mit diesem Gesetzentwurf vorgenommen, als zweites Land nach Mecklenburg-Vorpommern, was andere Probleme hat, junge Juristen als wir anzulocken, aber als zweites Land in Deutschland zurückzukehren zu einer Praxis, die in Deutschland über viele Jahrzehnte gegolten hat, nämlich, dass wir Juristinnen und Juristen zur Vorbereitung auf das zweite Staatsexamen wieder aufnehmen in ein Beamtenverhältnis auf Widerruf. Das bedeutet ganz praktisch für diese jungen Menschen, dass sie künftig über 300 € mehr im Monat haben werden, und zwar brutto wie auch netto, und damit ein deutlich besseres Auskommen haben werden als bisher. Das ist sehr viel Geld, wenn man verhältnismäßig wenig verdient, 300 € mehr zu haben. Im Moment liegt die Ausbildungsvergütung in Hessen bei knapp 1.100 €, und das wird auf über 1.400 € steigen. Mit dem Beamtenverhältnis auf Widerruf sind noch weitere Vergünstigungen verbunden, eben die Befreiung von der Zahlung von gewissen Sozialabgaben. Auf der anderen Seite muss man sich natürlich privat Krankenversichern, was aber für diesen Beschäftigtenkreis relativ günstig möglich ist, weil es da auch Sondertarife gibt, sodass diese über 300 € brutto mehr, in den meisten Fällen auch zu 300 € netto mehr führen werden. Wir setzen damit ganz gezielt an Zeichen. Wir wollen die Besten nach Hessen locken, wie das früher schon einmal war. Als es in Hessen als eines der letzten Länder abgeschafft wurde, war es so, dass Hessen die Flut an hochqualifizierten Bewerbern kaum noch aufnehmen konnte und dann fast genötigt war, auch zu einer Praxis zu finden, die vorher schon fast überall in Deutschland galt. Jetzt wollen wir es umkehren. Nachdem wir es als einer der Letzten abgeschafft haben, wollen wir es als einer der Ersten, nämlich als zweites Land, wieder einführen, die Verbeamtung und ganz gezielt die guten Leute zu uns zu holen. Davon profitiert in Hessen dann mittelfristig die Justiz, es profitiert die Verwaltung, es profitieren die Rechtsanwälte, es profitieren die Unternehmen. Das ist ein wichtiger Baustein aus dem mit langer Hand angegangenen Programm der Justizministerin, unsere Justiz und überhaupt unser Rechtswesen in dem Land zu stärken. Wir haben im letzten Plenum über den Pakt für den Rechtsstaat und unser Stellenaufbauprogramm gesprochen. Mit der Stärkung des Referendariats in Hessen setzen wir einen kleinen, aber sehr wichtigen Baustein schon ganz unten an in der Personalgewinnung, indem wir die Besten in unser Land locken wollen und auch hier entsprechend honorieren und fördern wollen. Dazu leisten wir einen Beitrag. Dieser Gesetzentwurf ist, glaube ich, klug und richtig. Er soll auch schnell behandelt werden, damit er zum 1.11.2019 wie beabsichtigt in Kraft treten kann, damit noch dieses Jahr die Referendare in den Genuss dieser Vorzüge kommen. – Herzlichen Dank. Vielen Dank, Kollege Heinz. – Das Wort hat Frau Abg. Hofmann, SPD-Fraktion. Herr Präsident, meine Damen und Herren! Seit Jahren rangert die Vertretung der Hessischen Rechtsreferendare bessere Ausbildungsbedingungen an. Das wissen wir, und das müssten eigentlich alle Kollegen, zumindest des Fachausschusses, auch wissen. Kritisiert werden zum Teil die Ausbildungen an sich, dass teilweise Basics, dass Materialien etwa eine Handakte, die in der Verwaltungsstation übergeben wird und zur Verfügung gestellt wird, dass die etwa in anderen Ausbildungsstationen nicht zur Verfügung gestellt wird und dass man sich dann teure Materialien von anderer Stelle besorgen muss. Also, Basics werden kritisiert, wo wir uns fragen, warum diese Forderungen nicht schon lange übernommen werden, aber auch generell die Qualität der Ausbildung, obwohl von vielen Richterinnen und Staatsanwälten in höchst engagierter Art und Weise wirklich auch Ausbildung gemacht wird. Seit Jahren gehört aber zu den Forderungen der Rechtsreferendare und Rechtsreferendare auch die Verbeamtung. Ich kann nur sagen, der Schritt, den Sie jetzt mit diesem Gesetz machen, ist längst überfällig. Herr Heinz, Sie haben es nur sozusagen angedeutet. Es war Ihre, die schwarz geführte Landesregierung, die diesen falschen Schritt durchgeführt hat vor Jahren, nämlich die Verbeamtung abzuschaffen und Warnungen, etwa aus der Richterschaft vom Deutschen Richterbund, NRV, Ver.di und wie sie alle heißen, auch in jüngerer Zeit, nämlich die warnenden Hinweise, wir verlieren junge, gute Kräfte für den Justizdienst, wir konkurrieren mit anderen Bundesländern, nicht nur mit den an Hessen heranreichenden Bundesländern wie Niedersachsen, sondern wir konkurrieren bundesweit mit viel mobileren, mit viel flexibleren juristischen Nachwuchskräften, die auch in die freie Wirtschaft wechseln. Wir bekommen Nachwuchssorgen. Deshalb ist dieses Gesetz längst überfällig, und es war ein Fehler, dass Sie es damals im Beamtenstatus abgeschafft haben. Was ich an der Stelle auch noch einmal ausdrücklich sagen will, ist es ein Fehler, dass Sie die Hinweise, die wir Ihnen vor Jahren auch einmal über den Richterwahlausschuss, übrigens auch in Diskussion mit den juristischen Fakultäten gegeben haben, die juristische Ausbildung, und zwar vor dem ersten Staatsgesammen wie dem zweiten, auch zu verbessern. Ein Vorschlag ist konkret, den Juristinnen und Juristen einmal Einblicke in die polizeiliche Arbeit zu geben, dass sie die aus dem Wind geschlagen haben, und damit auch es unterlassen, die Ausbildung der Juristinnen und Juristen weiter zu verbessern, und das ist ein Fehler, meine Damen und Herren. Neben der notwendigen Anhebung der Vergütung, jetzt auch der Wiedereinführung des Beamten auf Widerruf, gibt es auch noch ein ganz sachliches Argument. Rechtsreferendar und Referendare nehmen im Rahmen etwa des staats- und wahlschaftlichen Sitzungsdienstes die hoheitlichen Aufgaben. An der konkreten Stelle ist es in der Tat mehr als gerechtfertigt und vertretbar, dass hier eine Veramtung der Rechtsreferendare entsprechend da ist, meine Damen und Herren. Aber die Augen muss man sich schon rollen, wenn man sich jetzt Ihren Gesetzentwurf mit der Begründung anschaut, diese ewigen Leier, die Sie da drehen und von Ihrem Justizaufbauprogramm reden und das auch noch versuchen zu preisen. Fakt ist, dass insbesondere diese Ministerin, die dem Kabinett bereits seit 2009 angehört, es widerführend mitzuverantworten hat, dass seit 2003 zunächst bis Mitte der 2000er hinein, das wissen Sie alle, zumindest die Fachpolitiker wissen es sehr genau, 1.250 Stellen in der Justiz abgebaut wurden, meine Damen und Herren. Dann haben Sie auch spät einsehen müssen, weil es gar nicht mehr so weiter ging, dass nach diesen drastischen Abbaujahren Personal wieder aufgebaut werden muss. Aber diese Einstellungen, die Sie jetzt sukzessive wieder vornehmen, kompensieren mitnichten das, was Sie jahrelang vorher abgebaut haben, meine Damen und Herren. Das sieht man an der faktischen Belastung der Justiz. Deshalb ist es kühn zu behaupten, dass Sie jetzt mit diesem kleinen Mosaiksteinchen einen nennenswerten Beitrag dazu leisten würden, dass der Rechtsstaat unserer Justiz gestärkt wird. Es ist ein ganz kleines Mosaiksteinchen, und ich sage Ihnen, Sie müssen viel, viel mehr tun, damit unser Rechtsstaat gestärkt wird, dass mit Vertrauen in unseren Rechtsstaat nicht verloren geht. Ich möchte noch ein weiteres hinzufügen. Hinzu kommt, dass eine große Pensionierungswelle ansteht. Wir als SPD-Landtagsfraktion haben die Zahlen vor Kurzem abgefragt mit einer Kleinen Anfrage. Sie zeigen, dass allein im schon laufenden Zeitraum 2018 bis 2022 allein 322 Beamten das Pensionsalter erreichen und die Pensionsgrenze und darüber nach... Frau Kollegin Hofmann, Sie denken an die Zeit? Ich komme zum Schluss. ...im Bereich der Tarifbeschäftigten weitere 279 folgen werden, mit steigender Tendenz. Meine Damen und Herren, das kommt obendrauf an Personalbedarf, den wir in der Justiz brauchen. Deshalb sage ich Ihnen, dieses Gesetz ist längst überfällig, aber unternehmen Sie mehr Anstrengungen, damit unsere Justiz und unser Rechtsstaat gestärkt werden. Vielen Dank, Herr Kollege Hoppmann. Das Wort hat der Abg. Schenk, AfD-Fraktion. Herr Präsident, verehrte Damen und Herren! Werte Besucher auf der Tribüne! Wenn ich die Diskussion richtig verstanden habe, muss die Not sehr groß sein. Das Land wurde verändert. Die schwarz-grüne Regierungskollektion beabsichtigt offenbar, mit ihrer Novellierung des Juristenausbildungsgesetzes die Ergreifung des Juristenberufs attraktiver zu gestalten. Der unter Überlastung leitenden Justiz- und Rechtspflege soll wohl durch eine Art Personalaufwuchsprogramm begegnet werden. Als ein Mittel zur Personalgewinnung dient die vorgelegte Gesetzesänderung, welche sowohl den Status als auch die Vergütung der Rechtsreferendare neu regelt. Gegenwärtig erhalten Rechtsreferendare in Hessen eine als überaus bescheiden zur bezeichnenden Vergütung von ca. 1.085 €. Damit stehen hessische Rechtsreferendare an der vorletzten Stelle im Vergleich der deutschen Bundesländer. Dies wird sich nach dem Inkrafttreten der hier zu behandelnden Gesetzesnovellierung ändern, da diese Rechtsreferendare erstens den Status von Beamten auf Widerruf zuweist und zweitens in die Beamtenanwärterbesoldungsgruppe A 13 angruppiert. Nach der Besoldungsverfalle beträgt dann das Grundgehalt um ca. 1.410 €. Aus Sicht der AfD ist eine leistungsangemessene Bezahlung im Grundsatz erstrebenswert. Das zweistufige juristische Ausbildungsmodell ist mit einer Gesamtdauer von ca. 8 bis zum Teil 10 Jahren nicht nur sehr zeitintensiv, sondern erzeugt zudem hochqualifizierte akademische Nachwuchskräfte, welche in allen Bereichen der Justiz, Wirtschaft und Verwaltung stark nachgefragt werden. Hinzu kommt, dass die angehenden Volljuristen während ihres Referendariats oftmals schon ein Alter von Ende 20 erreicht haben, insbesondere dann, wenn sie beabsichtigen, eigene Familien zu gründen, ist ihre auskömmliche ökonomische Grunderstattung hierfür eine unabdingbare Voraussetzung. Aus den genannten Gründen würde die Fraktion der AfD der Gesetzesvorlage zustimmen. Verehrte Damen und Herren, lassen Sie mich zum Schluss meiner Ausführungen noch einige allgemeinere Anmerkungen zur Begründung Ihrer Gesetzesvorlage machen. Wie üblich beginnt die Gesetzesnovellierung mit der Darstellung des zu regelnden Problems, und ein Problem liegt tatsächlich vor. Es mutet schon grotesk an, wenn die Vertreter von Schwarz-Grün einerseits korrekt feststellen, dass in unserem freiheitlich-demokratischen Rechtsstaat der Justiz eine zentrale Funktion zur Sicherung des Rechtsfriedens und des effektiven Rechtsschutzes zukommt und diese Herrschaften zugleich mit ihrer Politik der letzten Jahre eine bis dato nicht vorstellbare Erosion des Rechts in unserem Land ins Werk gesetzt haben. Beifall bei der CDU und dem BÜNDNIS 90-DIE GRÜNEN sowie bei Abgeordneten der SPD Wie von mir bereits zu Ihrem Pakt für den Rechtsstaat ausgeführt worden war, ist nicht nur die Bundesregierung, sondern auch diese Landesregierung für den vordauernden Nichtvollzug geltender Gesetze ursächlich verantwortlich. Parallel hierzu entwickelte sich eine mit Steuergeldern sowie Schuldenaufnahme finanzierte Asylindustrie. Hinzu kommt ein massiver Personalaufwuchs bei Polizei, Justiz sowie in der Landes- und Kommunalbewahrung aus offenbar wahltaktischen Gründen soll der Eindruck vermittelt werden, dass die verfehlte Politik der unkontrollierten Einwanderung nicht zu einer Verschlechterung der Sicherheitslage in Deutschland geführt hat. Mit den milliardenschweren Investitionen in Polizei, Justiz und private Sicherheitsdienste belegen Sie aber genau das Gegenteil. Sie gehen ebenfalls von einer dramatischen Verschlechterung der allgemeinen Sicherheitslage aus. Diese willkürlich herbeigeführten Belastungen führen zu einem der Zivilgesellschaft abträglichen Einsatz der immer knapper werdenden Mittel. Auch die vorliegende Gesetzesänderung kann als Element vonseite des Staates erzeugten Scheinkonjunktur und Fehlallokation betrachtet werden. Denn die für eine zukunftsgewandte Politik in Deutschland erforderliche breite Ertüchtigung junger Menschen in Handwerks- und Ingenieurberufen wird gerade unterlassen. So ist es bereits ausgemacht, dass die vorgelegte Novellierung des Juristenausbildungsgesetzes weder kurz- noch mittelfristig die innere Sicherheit erhöhen wird, die durch Ihre Politik gerade erst erodierte. Herr Kollege Schenk, Sie müssen zum Schluss kommen. Danke für den Hinweis. Die vorgelegte Gesetzesänderung ist schädliche Symbolpolitik und zur Problembewältigung ungeeignet. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Herr Kollege Schenk. – Das Wort hat Frau Abg. Schardt-Sauer, FDP-Fraktion. Sehr geehrter Herr Präsident, werte Kollegen! Der Gesetzentwurf der Landesregierung dreht sich. Da findet sich eigentlich schon etwas Verwirrendes in der Debatte meiner Vorredner. Es geht um die Juristenausbildung in Hessen. Wir Freie Demokraten begrüßen Maßnahmen, die Juristenausbildung zu verbessern. Wir setzen uns auch für eine adäquate Vergütung von Rechtsreferendaren ein, damit das nicht passiert, dass sie während des Referendariats verschiedene Zahlen genannt wurden, einer Nebentätigkeit nachgehen müssen, um oftmals auch schon im Familienstand, verheiratet, manchmal auch schon nachwuchs, das alles zu finanzieren, sondern sich darauf konzentrieren können, die bestmöglichen Juristen zu werden. Jetzt wieder zu der Überschrift des Tagesordnungspunktes der Juristenausbildung. Eine Beamtung beschäftigt sich nicht mit der Ausbildung an sich. Das ist sozusagen ein Add-on. Wir sehen darin eine Kehrtwende vom bisherigen System. Wir sehen das Ganze sehr skeptisch. Es geht darum, ob der monetäre Einsatz in der Berechnung für den Referendar, die Referendarin mag das unter dem Strich auf dem berühmten Einkaufszettel, mehr sein. Aber ob dieser monetäre Einsatz ein Problem, das ich gleich noch komme, löst und etwas mit Juristenausbildung, Qualität von Ausbildung zu tun hat, sehen wir sehr skeptisch. Es ist aus unserer Sicht nicht das richtige Mittel, um die Juristenausbildung. Liebe Kollegen von der SPD, da haben Sie völlig recht. Da muss etwas passieren. Wir haben Fachkräftemangel in anderen Bereichen und auch im juristischen Bereich. Auch dort muss die Ausbildung mit der Zeit gehen. Gesellschaft verändert sich. Das hat etwas mit qualitativer Verbesserung von Ausbildung zu tun. Aber worüber wir hier reden, die Verbeamtung, und der Ehrlichkeit halber muss man auch sagen, wir reden über eine befristete Verbeamtung. Das ist eine quantitative Verbesserung auf Zeit, die nicht das eigentliche Problem löst. Zur Ehrlichkeit, in der Debatte wenn man die Vergangenheit bemüht, gehört natürlich auch, dass es eben die Vertreter der Referendare waren, die das seinerzeit durchaus unterstützt haben, die Abschaffung der Verbeamtung, vor folgendem Hintergrund, dass es natürlich schon so ist, dass, wenn die Verbeamtung endet und der Umstand eintritt, dass der oder die Juristin keine Stelle findet, dann erfolgt natürlich auch keine Zahlung von Arbeitslosengeld. Das war seinerzeit durchaus ein Argument bei den Akteuren aus dem Referendarsbereich zu sagen, dann lasst uns diese 24 Monate als Angestellte fahren, dann haben wir eher den Status der Absicherung mehr in die Zukunft betrachtet. Beifall bei der CDU und dem BÜNDNIS 90-DIE GRÜNEN und dem BÜNDNIS 90-DIE GRÜNEN und dem BÜNDNIS 90-DIE GRÜNEN Ich kann mich erinnern, zu meiner Zeit war das noch recht günstig. Aber mit der privaten Krankenversicherung ist das auch nicht mehr so. Wenn man dann im Familienstand ist, die kleine Familie anfängt zu wachsen, ist es auch nicht. Der nächste Punkt ist, ob diese befristete Erhöhung von Geld dazu führt, dass der Justizdienst beim Land Hessen mit diesen mehrfach angemahnten und wirklich fehlenden innovativen Ansätzen so lange andauert, dass sie sagen, wir wollen unbedingt in Hessen bleiben. Das bezweifeln wir. Die finanziellen Auswirkungen auf der anderen Seite und wir nähern uns dem Höhepunkt des Parlaments. Heute Nachmittag geht es um Geld. Bei allem, was wir hier reden, sollten wir natürlich auch die Kosten für das Land Hessen nicht so ganz aus dem Auge verlieren. Die Ausgaben für das Haushaltsjahr 2019 würden sich auf 1 Million € belaufen und für das Jahr 2020, das erste Volljahr, auf 5,4 Millionen €. Wenn man das alles in die Waagschalen wirft und sagt, wie gehen wir dann weiter, dann sagen wir Freie Demokraten, unser Zielfokus ist eher die qualitative Steigerung der Ausbildung. Frau Kollegin, Sie müssen zum Schluss kommen. Ich bin schon fast in der Zielkurve und Handlungsbedarf besteht. Ich möchte noch zwei Zahlen zum Abschluss sagen, die mich selbst erschüttert haben. 1999 haben 10.710 Kandidaten das zweite Staatsexamen in Deutschland abgelegt. 2016 waren es nur noch 7.460. Das Gerücht, die Juristen gibt es wie Sand am Meer, stimmt nicht. Wir müssen handeln. Die Wenigerwerdenden müssen wir uns sichern, aber durch Qualität, nicht durch Geld. Vielen Dank. Vielen Dank. Das Wort hat der Kollege Dr. Wilken, Fraktion DIE LINKE. Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Herr Präsident, meine Damen und Herren! Wir als LINKE stehen selbstverständlich immer dazu, dass für gute Arbeit auch gutes Geld gezahlt werden soll. Das gilt selbstverständlich auch während der Ausbildung. Ich als hochqualifizierter Arbeitswissenschaftler, Herr Heinz, höre natürlich ganz besonders zu, wie hart Ihre Ausbildung ist. Ich würde mich da gerne als Nicht-Jurist anschließen, aber ich gestehe durchaus zu, dass Juristen auf dem Weg zum zweiten Examen einiges leisten. Sie entwerfen Urteile oder Anklagen, vertreten den Staatsanwaltschaft vor Gericht. Rechtsreferendare sind ein aktiver Teil unseres Justizsystems, nehmen hoheitliche Aufgaben wahr. Von daher ist der Statusbeamte auf Widerruf vollkommen in Ordnung. Die Vergütung war in den letzten Jahren alles andere als attraktiv. Alle Bundesländer haben die ursprüngliche Verbeamtung in ein öffentlich-rechtliches Ausbildungsverhältnis umgewandelt, um Geld zu sparen. Sparen auf Kosten der Mitarbeiter. Das kritisieren wir immer. Das Gesetz erfüllt nun eine langjährige Forderung der Rechtsreferendare. Netto wird wohl zukünftig mehr Geld auf dem Konto der Referendare sein. Die Zahlen sind genannt. Derzeit sind ca. 1100 €, demnächst wahrscheinlich 300 € mehr. Wir warten einmal die Anhörung ab, wie die Expertenmeinungen zu dem Gesetz sind. Allerdings, meine Damen und Herren, gibt es noch einige Baustellen mehr, die in der Ausbildung der Juristen anzugehen wären. Da bewege ich mich in der gleichen Argumentation wie meine Vorrednerin um qualitative Änderungen. Zum Beispiel die unsäglichen privaten Repetitorien, die ein Geschäft mit der Angst der Referendare betreiben, weil diese nicht ganz zu Unrecht das Gefühl haben, in ihrem Referendariat nicht gut genug ausgebildet zu werden. Inwieweit die Juristinnen und Juristen auf die Herausforderungen der Digitalisierung bei unserer Ausbildung oder auf internationale Zusammenhänge adäquat vorbereitet werden, das ist ein ganz anderer Aspekt. Darüber müssten wir an anderer Stelle reden. Aber das sind Punkte, die verbessert werden müssen. Deswegen erfüllt dieses Gesetz, so schreiben Sie auf, erfüllt den Zweck, am Ende hochkarätige Juristen im Staatsdienst zu haben. Die besten, hat Herr Heinz immer gesagt. Aber, meine Damen und Herren, es mag ja sein, dass die Verbeamtung auf Widerruf jetzt gute Juristen in der Ausbildungszeit nach Hessen lockt. Aber wenn Sie dann mit dem Gehalt argumentieren, dann sieht es im Rhein-Main-Gebiet, insbesondere in Frankfurt am Main, nun einmal ganz anders aus. Nach Angaben des Deutschen Richterbundes werden im bundesweiten Durchschnitt im privaten Bereich 48.000 € brutto im Jahr bezahlt. Das ist nicht schlecht. Aber ein vergleichbarer Prädikatsjurist in einem Unternehmen, z. B. in Frankfurt, verdient nach der Unternehmensberatung Kienbau 87.000 €, und es geht auch hoch bis 120.000 €. Meine Damen und Herren, wir werden in der Frage, was wir an Gehältern zahlen, mit diesen privaten Anbietern nie konkurrieren können. Deswegen müssen wir an anderen Stellen die Attraktivität von Juristinnen und Juristen im Staatsdienst erhöhen. Das wären dann z. B. eine deutlich verbesserte Work-Life-Balance, ein attraktives Arbeitsumfeld, moderne Arbeitsmittel und eine mit Augenmaß vorgenommene Reform der Juristenausbildung. Auch mit Blick auf das E-Government könnte gerade die Justiz als Arbeitgeber attraktiver machen. – Vielen Dank. Vielen Dank, Kollege Dr. Wilken. – Das Wort hat Frau Abg. Ferster-Heldmann, Bündnis 90 Die GRÜNEN. Sehr verehrte Kolleginnen und Kollegen, sehr verehrter Herr Präsident, was wir mit diesem Gesetzentwurf an großer Debatte losgetreten haben, finde ich schon erstaunlich. Aber ich freue mich darauf, weil ich bin ganz sicher, dass wir gerade zu diesen Themen, die sehr umfänglich sind, auch in den nächsten Monaten weiterhin viel darüber reden werden. Da bin ich ganz zuversichtlich. Jedenfalls haben wir auch vor, noch das eine oder andere in diesem Bereich zu liefern. Wenn ich mir jetzt die Vorrednerinnen und Vorredner anhöre, da wird von Mosaikstein gesprochen. – Ja, richtig. – Von Symbolpolitik? – Nein, nicht richtig. Herr Dr. Wilken fängt damit an, dass wir unattraktiv sind. Das ist vollkommen falsch, wie ich finde. Weil wir gerade in dem Lebenszeitraum, über den wir mit diesem Gesetz reden, besonders attraktiv sind für junge Menschen, weil in der Folge darauf die Flexibilität in diesen Arbeitszusammenhängen gerade für Familien viel größer ist als in anderen Bereichen. Aber darüber wollen wir eigentlich gar nicht reden, sondern jetzt geht es um die Rechtsreferendare. Vollkommen richtig ist, dass die Rechtsreferendare in der Vergangenheit seitdem ich in diesem Landtag bin, Herbst 2017, immer Kontakt gesucht habe zu Politikerinnen, und zwar zu allen Parteien. Daher kenne ich mich mit den Befindlichkeiten derer aus, um die es heute geht. Ich halte mich kurz. Wir sind gleich bereit für die Mittagspause. Das Klingelzeichen galt nicht Ihnen. Es galt denjenigen, die ein bisschen zu viel sprechen. Alles klar. Vielen Dank. Wir hatten eben schon genau darüber gesprochen, dass es in der Vergangenheit, sprich um 2002, ein Überangebot an Bewerberinnen und Bewerber für die Rechtsreferendare gab. Man sah da als Lösung, diesen Bereich unattraktiver zu gestalten, um möglicherweise eine Art Filter einzubauen. Ob das jetzt eine reine Sparmaßnahme war, ist dahingestellt. Ich finde, wir müssen heute nicht darüber reden, wer wie viele Fehler in der Vergangenheit gemacht hat. Das hilft uns eben hier und jetzt nicht weiter. Wir spüren schon lange einen Mangel an qualifizierten juristischem Nachwuchs. Das haben wir gemeinsam festgestellt. Das, was wir jetzt mit diesem Gesetzentwurf aufsetzen, ist eine Attraktivitätssteigerung. Wir versuchen natürlich auch die jungen Erwachsenen an. im Landesland Hessen zu binden. Es geht dabei natürlich um Qualifikation, weil eine hohe Qualifikation in diesen Bereichen auch vonnöten ist. Wir wollen einfach mit der Verbeamtung derer, die sich darum bemühen, einen zusätzlichen Punkt der Attraktivität des Landes Hessen darstellen. Was nicht richtig ist, dass die Bezahlung in Hessen an letzter Stelle wäre. Wenn ich die Tabelle richtig in Erinnerung habe, befanden wir uns in einem Mittelfeld. Jetzt ist es natürlich eine deutliche Steigerung. Wir wollen einfach die Verbeamtung als eine stärkere Bindung an das Land Hessen sehen und den Status der Referendarinnen und Referendare damit auch einem höheren Vergütungsniveau zuführen. Was wir in der Vergangenheit auch immer diskutiert haben, ist es bei Lehrern selbstverständlich. Warum war es in der Juristenausbildung eben nicht selbstverständlich? Mehr Geld haben wir eben schon gehört. 300 € sind es. Außerdem gibt es das Landesticket kostenlos. Insgesamt ist dieser Gesetzentwurf ein Mosaikstein in der Ausbildung, in der Besetzung der Justiz. Als solches soll es auch gesehen werden. Es ist nicht mehr. Aber, sehr verehrte Damen und Herren, es ist auch nicht weniger. Lassen Sie mich noch eines sagen, in diesem Zusammenhang dieses sinnvolle, kleine Gesetz, was uns wirklich weiterbringt, die große Debatte über den Rechtsstaat zu verknüpfen mit anderen Themen, die uns in der Vergangenheit berührt und die wir nach bestem Wissen versucht haben zu lösen, in unserem Rechtsstaat das alles miteinander zu verknüpfen. Meine lieben Kolleginnen und Kollegen, das finde ich unredlich. Ich glaube, Sie haben verstanden, in welche Richtung das ging. – Vielen Dank. Vielen Dank, Frau Kollegin Veseltmann. – Es spricht nun die Justizministerin. – Frau Staatsministerin Kühne-Hermann, bitte sehr. Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Ich will mich bei den Koalitionsfraktionen bedanken, dass dieser Gesetzentwurf heute eingebracht wird. Es geht um den Wettbewerb um die besten Köpfe. Das Stellenaufbauprogramm der letzten Legislaturperiode und auch das, was im Koalitionsvertrag steht, bedeutet, dass wir so viele Juristen wie noch nie in Hessen in den letzten zwei Jahren eingestellt haben. Darauf kann man auch ein ganzes Stück stolz sein. In der letzten Legislaturperiode hatte die schwarz-grüne damalige Landesregierung schon die Kraft, die Vergütung der Referendare auch im Angestelltenbereich aufzusetzen. Frau Kollegin Hofmann, da hätten Sie auch zustimmen können. Das haben Sie nicht gemacht. Zur Verbesserung konkret etwas beigetragen, Fehlanzeige. Das gilt auch für die FDP. Das will ich deutlich sagen. Wenn wir über eine Verbesserung reden, dann sind wir das erste Flächenland und die Ersten, die in einer Koalitionsvereinbarung die Forderung stehen haben, dass wieder rechtsreferendare Beamte auf Widerruf werden. Deshalb kommt es darauf an, Herr Kollege Wilken, es geht natürlich nicht nur um den finanziellen Anteil, der erhöht wird, sondern es geht auch um die Frage, an welchem Standort ich Referendariat mache. Da schauen die jungen Leute schon. Gibt es da spannende Ausbildungsstellen? Wir haben heute Morgen über die ZIT geredet. Wir haben über andere Schwerpunktstaatsanwaltschaften geredet, auch über Wirtschaftskriminalität und andere Themen. Es kommt darauf an, dass man inhaltlich spannend ist, dass die Bezahlung stimmt, dass es im Beamtenverhältnis eine andere Perspektive gibt und dass man seinen Lebensmittelpunkt mit allem, was dazugehört, in einen Bereich verlegt, aus dem man vielleicht nachher nicht mehr wegziehen will. Das sind am Ende die Pakete, die geschnürt werden müssen, um an die besten Leute zu kommen und um insgesamt attraktiv zu sein. Frau Kollegin Hofmann, deswegen, Frau Kollegin Hofmann, von diesen Ländern hat sich keiner auf den Weg gemacht. Es hat keiner etwas in die Koalitionsvereinbarung hineingeschrieben, was die Referendare im Beamtenverhältnis angeht. Da können Sie einmal bei den Kollegen werben. Ich bin gespannt, ob Sie die Kraft haben, zuzustimmen diesem Gesetzentwurf, der eine Verbesserung darstellt. Beifall bei der CDU und dem BÜNDNIS 90-DIE GRÜNEN 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 – Frau Schardt-Sauer, das kann man Ihnen nicht vorwerfen, dass Sie über die Vergangenheit der letzten Legislaturperiode nicht viel wissen – deutlich bleibt jedenfalls, Sie wollen die Referendare in Hessen finanziell nicht besser stellen, sondern Sie setzen blumig auf andere Dinge, die eh passieren. Das sollten die Referendare dann auch zur Kenntnis nehmen. Sie haben gesagt, es geht nicht ums Geld, es geht Ihnen nicht ums Geld der Referendare. Das sehen wir völlig anders. – Vielen Dank. Vielen Dank, Frau Ministerin. – Keine weiteren Wortmeldungen mehr. Der Gesetzentwurf wird zur Vorbereitung der zweiten Lesung an den Rechtsausschuss überwiesen. Meine Damen und Herren, wir machen Pause bis 15.20 Uhr. Wenn es Ihnen Freude und Spaß gemacht hat heute Vormittag, kommen Sie wieder. Die Sitzung ist unterbrochen. – Also– –